Moin moin und willkommen bei SimSantino. So, wir sind wieder hier, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben waren. Und das Winterfest ist immer noch, also Winterfest heißt Weihnachten bloß, dass es hier nicht Weihnachten heißt. Fragt mich nicht, warum. Vielleicht ist das einfach, weil das Sims ist und nicht das echte Leben, dass es deswegen hier Winterfest heißt. So, ich lasse es mal laufen. Und auch gerne nochmal reinschreiben. Die letzte Folge habt ihr jetzt ja gesehen. Und wie das Vorschaubild war. Das war ein bisschen übertrieben teilweise, aber eben auch nur teilweise. Ich fand es eigentlich ganz okay. Ich habe das jetzt mal so gelassen. Ja, das Übertriebenste ist noch am meisten Arbeit immer, ne? Ihr wisst es. Aber die wenige Arbeit zahlt sich manchmal aus. Aber ja, gut, das war ein bisschen übertrieben, weil ich da draufgepackt habe. Hier einmal vom Laufband, dann habe ich da die Geschenke nochmal ausmaskiert. Ja, das war aber auch viel Arbeit, ne? Also eine Stunde saß ich bestimmt nur daran, hier diese Geschenke auszumaskieren und so. Egal, wir wollen jetzt nicht über so einen Schwachsinn labern. Genau, und unser Hund war weggelaufen. Die Lulu, die ihr vermisst. Wir konnten eigentlich mal eine Anzeige reinstellen. Vielleicht finden wir es dann ja wieder. Ja, oder hier, du kannst doch mal ein Video machen, Alina. Du bist doch hier unsere neue YouTuberin. Seit der Folge 3 macht sie nämlich jetzt auch YouTube. Cool, oder? Was ist das für ein komischer Bug? Naja. Okay, dann nehm doch einfach mal ein Video auf. Das hat sie nämlich noch nie gemacht, aber sie ist berühmt durch ihren Job. Und, ja gut, was heißt berühmt? Sie ist Newcomer, aber ein paar kennen sie halt. Und damit sie weiterhin berühmt bleibt, muss sie weiter YouTube machen. Ja, darum hat jetzt jeder hier so ein fettes Ding. Und, ja, wir haben das hässlichste Bett von allen gekauft. Warum? Weil es einfach das beste Bett von allen ist. So, ähm, der Hendrik ist hier noch ein bisschen am trainieren. Wir müssten uns eigentlich mal ein bisschen um die Bestreben kümmern, ne? Also hier, er möchte ja gerne mal, ähm, Schlitten fahren. Schlitten sage ich schon nicht. Schlitten, ähm, Snowboarden oder auch Ski. Ski heißt es, ne? Ski fahren, ja. Ski fahren? Ski laufen? Was sagt man dazu? Äh, genau, Ski, ja. Ja, Tatsache, Ski. Oh Gott. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, dass das Ski heißt. Ich war gerade echt tatsächlich ein bisschen irritiert. Oh, ja, dann geh doch pinkeln. Was ist denn dein Problem, Mann? Mach das doch. Hä? Ja. Äh. Hä? Habe ich irgendwie die Selbstständigkeit deaktiviert oder warum? Nö, vollständig. Keine Ahnung. Bitte fragt mich nicht, warum sie nicht pinkeln gegangen ist. Sie konnte. Und er? Er geht duschen. Ja, das ist okay. Ähm, ja. Trainiert hat er. Das ist gut. Morgen geht es dann wieder zur Arbeit. Morgen ist Donnerstag. Ist morgen echt Donnerstag? Stimmt. Ach nee, für euch ja nicht. Für euch ist ja schon an diesem Tag Donnerstag. Ich nehme das gerade am Mittwoch auf. Nur so zur Info. So. Er hier hat schon viele Traditionen abgeschlossen. Sie noch nicht ganz. Ähm. Was könnte sie denn nochmal, Mann? Sie könnte eigentlich nochmal ein Festtagsessen nehmen. Ein Gericht, oder? Oder ruf mal zu fest mal. Und dann kommen die nämlich. Und dann wird die Tradition ebenfalls erfüllt. Das ist, denke ich mal, ganz cool. Genau. Die Glocke ist wieder da. Stopp. Da muss ich doch ein Bild von machen. Stopp. 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 Wartet. So. Kann ich die Glocke wieder ausmaskieren. Immer cool. Perfekt. Hab noch ein paar Screenshots erwischt. Ja, ich muss wirklich ständig Bilder machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Sonst kann ich halt keine guten Vorschaubilder machen. Nicht wundern, mein Hund ist das im Hintergrund gerade. Okay, sie kommt jetzt auch. Und sie macht noch ihr fröhliches Vlog oder so. Und das kann sie dann auch gleich hochladen. Bisschen schneiden und so. Wie man es halt so macht. Wie es üblich ist. Und dann kann sie es auch hochladen. Was ist das hier eigentlich? Ein Beet? Nee. Ach nee, da ist, glaube ich, ein Baum drin, oder? Ja. Alles klar. So, dann gehen wir mal wieder hier hin zu euch. Schmeckt es denn wenigstens? Na, ihr seht gar nicht so begeistert aus. So, genau. Ah, jetzt sieht das nicht mehr so komisch aus. Wisst ihr das noch in der letzten Folge? Da hat das so komisch geruckelt. Wenn ich das so gemacht habe, nicht. Dann muss ich mich mehr so bewegen. Okay, das bugt auch noch. Och nee. Och nö. Och nö. Jetzt kacken die Hunde hier in die Wohnung, oder was? Ja, schön. Ach so. Die haben das noch nie gelernt. Ja, scheiße. Gut, habe ich nicht gesagt. Sie? Ach ja, sie ist das. Aber ich verwechsel die immer. So. Sie ist gleich fertig. Ähm, traurig ist. Das habe ich nie gesagt, glaube ich. Vlog. Hashtag. Hashtag eins. Warte. Hashtag eins. An Weihnachten. Genau. Mein erstes Video. So. Und dann hat sie das schon fertig. Ups. Und dann kann sie sich da gleich rum kümmern. Das müssen bearbeiten. Das ist voll cool. Das habe ich auch so noch nie ganz gespielt. Och. Ja, sag mal. Die Katze. Ähm. Direkt über zwei Dinge belehren. Ja, so geht das ja wohl hier nicht, ne? Die Katze frisst ja da wohl nicht aus dem Essen. Nehmt sie sich noch eine Portion davon? Die ist ja widerlich. Ja, ist ja widerlich. Och. Und dann auch noch auf die Theke. Das sollte die wissen. Die Katze ist schon ganz schön alt, ne? Ja, gut. Ja, ich vermisse meinen flauschigen Freund. Ja, das ist schade, dass dieser Hund weg ist. Hm. Müssen wir mal gucken. Sie kann auch da ein Video zumachen. Das klicken tausende von Leuten an. Das wäre doch nochmal was. Ja, guck. Die sind alle so traurig. Die mögen nicht mal mehr essen. Obwohl das das leckere Festmahl ist, was wir doch extra gekocht haben, ne? So, du bist fertig. Was kannst du denn noch machen? Fähigkeiten? Pfff. Erziehung hast du schon mehr als eins. Warum? Keine Ahnung. Okay, sie kackt auch wieder. Stimmt. Wenn wir schon bei Erziehung sind. Die sind ja auch alle aktuell noch alleine hier, ne? Ja. Gut. Kennen die denn auch schon ein paar? Joa. Pfff. Haben halt ein paar Leute schon kennengelernt. Sagen wir es mal so. Wo ist er jetzt hin? Äh, ja gut, leg dich hin. Du hast schon viel geschafft heute. Und du? Oh, du noch gar nicht. Und du? Wie sieht es bei dir aus? Hä? Du hast doch gegessen. Och, keine Ahnung. Festliche Stimmung. Was können wir denn dafür tun? Baum beleuchten. Das bringt doch bestimmt was. Was? Vielen Dank. Aha. Wir zahlen täglich. Genau, weil ich habe so einen Kreditmod. Gott, ich könnte den Kreditmod einfach rausschmeißen. Dann müssen wir den nicht mehr zurückzahlen. Deswegen nicht wundern. Wir haben nicht so ewig gespielt und geliehen. Das ist nicht gecheatet. Das ist nur geliehen. Hier. Da seht ihr das Kredit zurückzahlen. Das muss... Das müssen wir. Hä? Das müssen wir noch machen. Du könntest eigentlich mal da aufwischen. Was machst du denn gerade? Loben. Nee, lobt deine Katze nicht. Die hat gerade Mist gebaut. So. Erstmal die Scheiße wegmachen. Und dann muss unser Hund mal lernen, nach draußen zu gehen. Gut. Bei den Temperaturen verstehe ich das. Gut. Das Lunchpaket ist doch bestimmt schon abgelaufen. Ja, Makaroni und Käse. Tschüss. Makaroni und Käse. Wisst ihr was? Es ist noch Zeit. Wir fahren einfach mal los. Wir müssen einfach die Welt mal ein bisschen erkunden. Aber wo kann man denn überhaupt hingehen? Oder wir fahren mal in Urlaub. Wäre auch was. Hier oben. Ja, wollen wir uns mal direkt Urlaub gönnen? Da ins Onsen-Badehaus. Nee, ich würde schon fast sagen, wir gönnen uns tatsächlich jetzt doch mal Urlaub. Denn wir sind ja doch jetzt hier in diesem Let's Play. Ich möchte euch ja so ein bisschen das Pack zeigen auch. Darum geht es ja. Und deswegen würde ich sagen, wo war das nochmal? Hier war es, ne? Äh, Kummer-Hotline. Nee. Ähm, hier. Nein. Hm. Wo ist das nochmal mit dem Urlaub? Kann man keinen Urlaub machen? Hä? Bin ich dumm? Also nein, bin ich nicht. Das meine ich so nicht. Aber Urlaub nehmen. Ja, wer sagt es denn? Nee, ohne die Viecher. Nehmen wir die mit? Nee. Ja, genau. Unsere Tiere. Oh Gott. Was ist eigentlich mit unseren Tieren? Dann müssen wir die eigentlich mitnehmen. Also ich nehme die Tiere nicht mit in Urlaub. Das steht fest. So. Er ruft da jetzt an beim Campingplatz. Und dann können wir direkt los. Zumindest ist das so die Story. Ah ja, genau. Jetzt können wir hier wählen. Hier entweder Reiswelten oder hier. Genau. Wir wollen natürlich hier hin. Und wir wollen am besten hier oben hin. Drei Zimmer. Drei. Was kostet mehr? Das ist teurer. Aber das würde ich gerne nehmen. Ja, erstmal das teuerste nehmen. Ist doch klar, Leute. Kommen wir das überhaupt? Drei Tage? Sieben Tage? Ich würde sagen, wir mieten das einfach mal für vier Tage. Dann müssen wir zwar teilweise zur Arbeit. Nicht in der Arbeit. Aber dann müssen wir zum Teil eben zur Arbeit hin noch am letzten Tag. Zahl Zubehör bestellen. Ach so. Ja, cool. Was brauchen wir denn? Ne, wir brauchen nichts. Ja, genau. Erstmal hier im Winter. Ne, tatsächlich brauchen wir nichts. Wobei, die Dinger könnten wir noch gebrauchen. Ja, essen brauchen wir auch nicht. Ein Lagerfeuer wäre cool. Das haben wir hier bestimmt auch nicht. Äh, ansonsten Angeln. Ne, joa, eine Kamera. Können wir ein paar Bilder machen? Ne, doch. Musik auch. Und drei Radels. Können auch nicht schaden. Joa. Ne, malen muss jetzt nicht sein. Unsere Tiere sind auch nicht da. Also... Ah. Ach so, cool. Es gibt, also, Tierstitter. Cool. Mega cool. Ach, hier war ich schon mal. Ja, hier ist das, ne? Das Haus ist cool. Das mag ich. Das gefällt mir sehr gut. So. Können wir hier irgendwo bestimmen, ob wir Hausschuhe anhaben oder nicht? Irgendwo gibt es doch diesen Button. Hier. Äh, Schuhe drin erlaubt. Okay. Dann geht doch einfach mal rein und beansprucht mal eure Betten. Oh, solche Betten. Oh. Gut. Ähm, damit kann ich nicht so gut arbeiten. Das sind Kinderbetten. Das kann ich mir ziemlich gut denken. Ich glaube, das könnte unbequem werden. Ja, gut. Dann müssen wir noch ein Campingbett dazu kaufen. Ja. Ist das Ding hier noch? Ja. Schön. Dann bin ich ja beruhigt. Dann kaufen wir jetzt nochmal eben ein Campingbett dazu. Schade. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gewollt. Aber gut. Wir müssen ein Campingbett dazu kaufen. Wer schläft auf dem Flur? Hier. Hier. Du schläfst hier. Ganz klar. Du schläfst hier. Ganz klar. Und du schläfst hier. Ganz klar. Nein. 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 Jetzt hat sie zwei Betten, ne? Oh. Ich bin immer so dumm. Ich verwechsel die immer. Aber bitte fragt mich nicht warum. Oh. Ich verwechsel die immer. Das hier muss ich wählen. So. Fragt mich bitte nicht warum. Aber ich verwechsel die immer. Auch cool. Dieses Haus ist so schön. Also ich finde EA wird einfach immer besser. Früher habe ich die Häuser immer abgerissen. Aber inzwischen muss ich die ja nicht mal mehr abreißen. Es ist schön geworden, das Haus. Also ich weiß gar nicht, warum EA plötzlich so gut im Häuser bauen ist. Gut wahrscheinlich, weil die irgendwelche Community-Mitglieder auch benutzen. Also benutzen klingt so komisch. Aber dass da eben Community-Mitglieder helfen. So. Machen wir Kamin an. Das ist immer gut. Das gibt Wärme. Und Wärme ist immer gut. Oben. Ja. Ne. Das muss jetzt mal nicht. Diese Dinger sind cool. Oder? Kann man da mehr machen? Ne. Die nicht. Obwohl die so aussehen. So. Skifahren. Kann man das jetzt hier schon machen? Sind wir hier schon richtig? Ja. Cool. Hier erstmal. Hier kann man doch bestimmt was machen. Schlitten fahren auf Übungshang fortlaufend. Und er, was möchte er? Übungshang hinunterfahren. Okay. Dann will er eben auch das. Alles klar. Dann kannst du nämlich auch mal snowboarden fortlaufend. Und dann können wir auch irgendwann mal gehen. Das gibt es ja auch. So. Dann gehen wir los. Und erstmal sie. Ach. Ich verwechsel die einfach immer wieder. So. Sie ist nämlich gleich schon da. Dann machen wir ein paar Screenshots. So. Dann schalten wir mal weg. Gamehack. Genau. Je höher man wird, umso schneller kann man fliegen. Kleiner Lifehack. Gamehack muss man ja eher sagen. Hat ja nichts mit dem Leben zu tun. Kleiner Gamehack. So. Stopp. 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 Sonst wird mir das ja alles zu schnell. Achso. Genau. Ja. Gut. Der ist drauf. Geil. Wo bleibt er? Du? Wo bist du? Okay. Da. Ja. Ich bin schon fleißig am Screenshot. Das hört ihr bestimmt. Ihr glaubt gleich. Zack. Wie beim Sport. Kennt ihr das? Beim Sport? Diese Sportfotografen drücken auch ständig. auf Aufnahme. Ja. So ist das irgendwie gerade. Ich weiß jetzt nicht, welchen er nimmt. Das ist das Problem. Und würde ich das schon mal... Ups. Vorbereiten. Ja, jetzt ruckelt das schon ein bisschen. So. Hm. Mal gucken. Okay. Die sind hier nimmt er. Okay. Er hat sich auf die Fresse gelegt. Cool. Ich hab so viele Bilder gemacht. Ich muss erstmal gleich wieder Screenshots löschen, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. Das ist echt schlimm. Oh, es hängt. Oh Gott. Ich hab so viele Bilder gemacht. Ich werd wahnsinnig. Ich schaff es nicht mehr, das wegzuklicken. So. Ähm. Stopp mal. Infotafel. Beliebige und suche nach einer Monkommarabie. Infotafel. Wo ist denn eine Infotafel? Joa. Die suchen wir mal. Irgendwo gibt es die. In allen Nachbarschaften soll es diese Infotafel angeblich geben. Da ist doch eine Infotafel. Ähm. Ähm. Das ist doch bestimmt gut. Was macht sie jetzt genau? Okay. Sie macht diesen. Ähm. Und sie macht das weiter. Oder wie? Ah ja. Er fährt jetzt auch mit seinem Rad los. Stimmt. Wir hatten den ja auch Radels gekauft. Wer ist da? Wer ist das so? Wer ist hier so prominent? Ach. Die ist das. Ah ja. Okay. Du könntest eigentlich auch mal deinen Kollegen ein Rad abgeben. Ne? Hier. Sie bekommt ein Radel. Und sie bekommt auch einmal ein Radel. Ist immer ein bisschen nervig manchmal. Aber die Radels sind an sich sehr, sehr praktisch. Ja. Zu alt für diese Dinger. Oh. Nein. Niemand ist zu alt für Schlitten. So. Nochmal. Ja. 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 Genau. Perfekt. Oh. Jetzt ruckelt es auch ein bisschen. Hat doch geklappt. Ja. Außer, dass es absolut verbuggt ist. Ja. Zack. Und dann ist sie da weg teleportiert worden. Mh. So. Oh Gott. Gut. Wenigstens war sie dabei. Und sie? Sie hat einen Anruf. Wer ist es? Äh. Hey. Wir hatten schon lange. Wie wär's? Alle Haus. Nein. Sorry. Das geht jetzt nicht. Hat er das geschafft? Jo. Cool. Ähm. Ähm. An einem Verkaufsautomaten oder Computer ein Heilmittel oder Abwehrmittel kaufen. Haben wir ein Computer? Gute Frage. Hat man in einem Urlaubshaus, wo man Urlaub macht, einen Computer stehen? Sehr wahrscheinlich nicht. Nein. Korrekt. Ähm. Was könnten wir noch mal machen? Plopsy. Vielleicht gibt's das auf Plopsy. Wahrscheinlich auch nicht. Wir könnten sowieso mal ein paar Klamotten auf Plopsy kaufen. Na, wir lassen das mal. Da gibt es auch nicht das, was wir brauchen. So. Du könntest jetzt mal nicht den Übungshang hinunterfahren, sondern... Ach nee. Geht das nicht? Doch. Ähm. Nach oben fahren. Genau. Fahr mal da nach oben. Weil dann kann er da nämlich runter. Hoffentlich radelt er hin. Ja, guck. Da nutzt er sein Radl. Und sie? Stopp. Noch mal ein paar Screenshots. Schade. Sie knallt nicht mehr hin. Gibt's dafür eine Fähigkeit eigentlich? Nein. Dann lass das mal. Und mach mal Skifahren auf Übungshang fortlaufend. Ja, Skifahren kannst du auch. Komm. Zack, zack. Mach mal. Das wollen wir jetzt auch mal sehen. Aha, 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 aha. Ja, das wäre gar nicht so schlecht, wenn sie sich mit dem angefreundet hätte. Okay, was ist... Naja, hat am Feiertag Geld verdient. Ja, Geld können wir gut gebrauchen aktuell. Wir haben nämlich viel verloren. Wo ist sie jetzt? Ach, da. Doch, da. Okay. Gut. Okay, gut, gut. Sie wird gleich hinknallen. Ich bin mir ziemlich sicher. Nee, doch nicht. Gibt's dafür eine Fähigkeit? Sport. Skifahren. Ah, doch, Skifahren. Okay. Sie wird Skifahren. Er wird Snowboarder. Genau. Und sie? Was macht sie? Sie wird gar nichts. Nee, keine Ahnung. Achso, er macht schon Snowboarden oder wie? Oder wo ist er? Wo ist er denn überhaupt? Ach, da. Ähm... Henrik... Okay, das heißt... Okay, das heißt, es ist zu gefährlich für ihn. Okay. Dann Skifahren. Achso, Schlittenfahren. Äh, Skifahren. Nee, Snowboarden. Du machst Snowboarden. Fortlaufend. Und sie? Oha. Bedürfnisse. Ja. Ja, da kann man Blase machen. Oh nee, ich hab sie da eingesperrt oder wie? Blase. Komm. Och, komm. EA, was soll das denn jetzt hier? Dann teleportier dich hier einmal her. Bitte, schnell. Oh weh, das klappt jetzt nicht. Dann war EA zu dumm. Ich glaub's nicht. EA hat es geschafft, dass man da nicht reinkommt. Was ist das für ein Schwachsinn? Kann sie überhaupt irgendwo hin? Warum ist sie denn hier gefangen? Ist sie verbuggt oder so? Nein, nicht plaudern. Geh mal hier hin. Oder hab ich das verbuggt? Deswegen kann das sein. Hier her teleportieren. Jetzt. Wenn das jetzt nicht klappt, dann... Oh, ich dachte schon. Dann war ich das wahrscheinlich wegen dem Bett. Gut. Er trainiert fleißig. Sie auch, oder? Ja. Okay, cool. Wartet mal kurz. Stopp. Achso. Stimmt, das geht nicht. Das ist cool, ne? In dieser Kamera. Oh. Und er? Er geht noch. Okay, sein Snowboard. Das wollen wir jetzt mal sehen. Okay, er fährt los. Oh, oh. Ich glaub, er knallt hin, oder? Ja, doch. Wollte grad sagen, nein. Aber hätte ich nein gesagt, dann wär ich mehr oder weniger blind. So, ich würd erst mal sagen, das war's für diese Folge. Wir haben mal wieder ewig aufgenommen, weil ich einfach kein Zeitgefühl hab. Weil's einfach Bock macht, ne? Wisst ihr? Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir einfach weiter hier. Noch ein paar Tage Urlaub hier im Winter. Ist doch cool. Wir wollen das Gameplay hier komplett durcherkunden. Und dann gehen wir erst zum nächsten. Und ich würd sagen, ich wünsch euch erstmal noch einen wunderschönen Tag. Und ich hab grad gesehen, wir hätten auch hier snowboarden können. Ich war einfach zu blind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Egal. Das war's. Und viel Spaß beim Sims-Spielen oder was auch immer ihr sonst macht. Tschüss.